Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16, wir sind momentan erster, das ist ziemlich nice, wir sind mit 10 Punkten erster sogar, wir machen hier einfach mal ein bisschen weiter, es gibt aktuelles aus Deutschland, Komen, der ist schon ziemlich fett finde ich, also der kann einiges, der kann einiges, ups, so, er kann Schalloglu, oder Nulu, Entschuldigung, der kann Fernschüsse, Schusskraft, der, ah der ist auch nicht schlecht, aber ziemlich teuer finde ich, ähm aktuell ist aus Deutschland, ok, der kann auch nur laufen, ok, gut, oder auch nicht, gut, dann ähm spielen wir heute gegen den 1. FC Nürnberg, abbrechen, es ist hier ein Verletzter drin, deswegen tun wir da erstmal den Jürgensen rein, der, boah, zwei Verletzte und die sind beide voll lang verletzt, mhm, hm, 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 Wyschniewski ist da, Ita ist da, Schallupper und so weiter, der wird bitte mal durch den Umland ersetzt, der bitte mal durch, ne, wir tun hier mal der Koflevitschen, vielleicht erreicht er ja da ein bisschen mehr, und dann können wir das ja so machen, so, spielen, 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 go, 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 los, und es fängt an, dün, 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 wir sind ziemlich nice, muss ich ja echt mal sagen, wir sind nicht schlecht momentan in unserer Liga, sehr gut, erstmal ein Spieler verletzt, das ist immer gut, ah, der lebt aber noch, der lebt noch, komm, und ich hoffe, Jakovlevitsch macht heute mal ein Tor, denn der hatte, glaube ich, den Fluch von Rösa ein bisschen so angenommen, äh, Jakovlevitsch ist eigentlich die Megaschussgenauigkeit in Person, der kann Fernschüsse machen aus 40 Metern und gehen einfach mal mit einem Nackelballenwinkel, aber, hier kann er es irgendwie nicht, und das kapiere ich nicht, boah, wieso spielen die uns so aus, man, 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 gib mir den Ball, boah, lass ihn da spielen, oder auch nicht, so, erstmal sicher, 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 Okay, komm, 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 Junge, na, Mann, oh mein Gott, jawohl, genau da wollte ich nicht hin, Nein, oh mein Gott, was, nein, das ist ein perfekter Körpereinsatz, zwar ein bisschen weggeschubst, aber perfekt, komm, oh nee, ja, der ist viel zu weit, der ist viel zu weit, Zack, zack, so, jawohl, gut, ja, Ah, oh, der kommt sogar noch an, huuuh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ich dachte, er geht weit ins Aus, aber, der hat es ja noch hingekriegt, sehr gut, sehr gut, Silvester wird immer besser, komm, Ah, ey, fuhu, fuhu, Karaka, Jürgensen, ah, Jür, was, das gibt aber auch nochmal gelb, oder, mindestens, sei nur da, was, gar nix, Ja, der kriegt aber gelb, okay, okay, Boah, Nur reingegrätscht, Komm, Baumann, Junge, Der ist jetzt aber drin, der ist drin, Oh, drüber, Mann, Jetzt habe ich schon ein bisschen fester gemacht, weil wir es jetzt mal immer, ups, jetzt bin ich voll ging ins Mikro gekommen, ähm, weil wir es jetzt mal immer und immer wieder in die Mauer geschossen haben, und wenn ich ein bisschen welche mache, dann trifft er einfach nicht, Sie versuchen, das Spiel jetzt frei zu machen, Boah, ich hasse sowas, Mann, Bei Absitz, äh, Absatzfalle, Nochmal, Mann, Boah, Aber wir haben hier Passgenauigkeit, Zack, Oh, oh, jawohl, haben wir noch, Ja, der ist gut, Nein, Oh, 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 auch ein Silvester, Oh, shit, Oh, shit, Jawohl, Wischniewski ist aber da, Sehr gut, Da ist der Konter, Da ist der Konter, Jawohl, Siggi, Nice, Nice, Sehr, sehr geil, Auch Jürgensen, schön wäre ich jeden Haken gemacht, Und da nochmal abspielt, Und Karaka einfach mal links unten in die Ecke, Super, Ähm, Da bitte, Da möchte ich mir gerne Konter, Weil Konter wichtig ist, Bei uns zumindest, Drei Minuten Nachspielzeit, Ne, Drei, Ja, Jawohl, Wieder eine gelbe Karte, Was, Junge, Die gehen rein wie die Berserker, Gib denen doch mal gelb, Mindestens, Ah, Kein schlechter Kopfball, Abpfiff, 1-0, Zur Pause, Die hatten auch schon eine super Torchance, Aber, Wischniewski hat ihn ja sicher gehalten, Dann, Klappt ja momentan alles noch, Außer Jakovlevic, Der Ball rollt, Die zweite Hälfte läuft, Der klappt jetzt nicht so ganz, Auf seiner Seite, Was, Boah, Hoho, Die sind ja auch eine grobe Mannschaft, Ne, Die sind voll die grobe Mannschaft, Nein, Mann, Jawohl, Gut, 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 Boah, Kein Stich der Körpereinsatz. Schöpf. Oh, die hat den Ball. Jawoll, Baumann. Bester Mann. Ha, immer noch am Ball. Oh, Mann, ich schieße immer und immer wieder meine eigenen Leute an. Immer wieder. Und hier ist ein dicke Fliege im Mainzimmer. Wie sind die immer fliegen drin? Oh, die haben gerade da hinten eine Leola-Welle gemacht, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Oh, shit. Oh, shit. Ja, gut. Mit Konter klappt das eigentlich ziemlich gut. Da bin ich eigentlich recht zufrieden. Guter Ball. Nein, oh, Mann. Wohin sollte der denn gehen? Also schlecht ist der Nürnberg nicht, aber... Äh... Die haben einfach nicht diese... diese... krassen Spieler. Ja, jetzt kommt das Gegentor. Und legen sich den Gegner langsam zurecht. Ne. Ne. Scheiß Flieger, verpiss dich. Piss dich, Flieger. Gut. Das kann der Baumann. Haben wir geübt. Haben wir geübt. Gut. Gut. Ah, nicht dahin. Jawohl. Gut. Dreh dich. Schuss. Ah, den hat er noch. Den hat der noch. Komm. Komm, 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 komm. Gut. Flanke. Ah, Mann. Wieso geht da nicht Geldmacher hin? Komm, gib mir den Ball. Mann, wir kriegen schon wieder nicht den Ball. Ich werde mal auswechseln. Zwar hat der Umland mir nicht so gefallen, deswegen kommt da einfach mal der Rossellini rein. Zalbuti ist okay. Ah, die sind auch noch ganz okay. Aber der Justus Deal kommt nochmal rein für den Zalbuti. Spiel fortsetzen. Oh, shit. Zu großer, äh, freier Punkt. Gut. Schön, schön, schön. Gut. Bam. Nein. Jawohl. Gut. Meine Güte. Wollte gerade schon sagen. Da ist er so schön durchgestartet. Da kommt der eine Pass. Und da kommt die Durchstarteraktion. Und dann kommt da so ein luschen Pass. Äh, Schuss aber. Da hat er noch einen schönen Nachschuss gemacht. 2 zu 0. Nur Rossellini kommt für Umlands. Und Deal kommt für Zalbuti. Ja. Oh, Jürgensen. Jürgensen. Herr Junge. Bester Mann. Absatz. Okay, sorry. Sorry. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nicht schlagen. Jawohl. Danke. Boah, was? Was? Das war kein Foul. Okay. Okay. Dann weiß ich ja, welche, welche Seiten ich jetzt aufziehe. Da lernt sie mich mal richtig kennen. Verdient. What? Gut. Ah, da wollte ich gar nicht hin. Mann. Mann. Ups, schon wieder ging mein Mikro. So. War aber klar abseits. Okay. Vier Minute noch, bloß Nachspielzeit. Das dürfte eigentlich unser Sieg sein. muss ein Wurf geben. Oh. Jawohl. Unsere Abwehr steht einfach sicher. Jeder, weil der drüber geht, kriegt einfach den Torwart. Oh, der kommt noch durch. Ah, Karaka kommt durch. Abschluss. Oh. Der sah so gut aus. Aber auch wieder mit links, ne? War auch wieder mit links. Zeigen wir nochmal. Ja. War mit links. Oh, den hat der gerade eben noch so abgefälscht. Guter Ball. Jawohl. Geldmacher macht auch mal sein erstes Tor. Ist das sein erstes Tor? Ich weiß nicht. Könnte es sein erstes Tor sein? 3 zu 0. Wow. Ich habe vieles erwartet. Aber das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Super. Super. Jawohl. Da freuen sie sich zurecht. Ähm. Ich will mal hier die letzte Parade noch eben sehen. Die war nicht schlecht. Warte. Ende. Nochmal. Warte. Es müsste jetzt die Wiederholung kommen. Ja. Und nochmal eine Wiederholung. Und nochmal eine Wiederholung vielleicht. Ne. Okay. Weiter. Karaka war der Beste. Ja. Jürgensen war auch nicht schlecht. Ihr Koflewitsch war. Ja. Wie schon gesagt. Schlecht. Ähm. Ja. Okay. Äh. Ballbesitz ist okay. Schüsse aufs Tor. Ja. Gut. 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 Passgenauigkeit bei 90%. Wow. 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 So. Büro. Ihr Anfang zu kommenten. Okay. Der ist momentan ausgeliehen. Deswegen klappt das noch nicht. Wir schauen mal eben. Hier gibt es hier irgendwas etwas Neues. Vorschau. Röser fällt aus. Okay. Nein. Ne. Dann trainieren wir mal eben ein bisschen. Na. Den Röser kann ich natürlich nicht trainieren. Das geht natürlich nicht. Ähm. Den Ita. Müssen wir wieder etwas trainieren. Ähm. So. Also ich will, dass er viel Ballkontrolle kriegt. Das ist so ein Spieler, der muss eigentlich Ballkontrolle haben. Äh. Was kann der nicht so? Beweglichkeit. Beweglichkeit. Und Grätsche kann er nicht so. Dann machen wir mal Grätsche. Ähm. Der Jugendsen. Der macht bitte noch. Na nicht das, sondern vielleicht Zweikampf. Ja. Er macht Zweikampf. So. Der Rossbach macht noch was. Und zwar. Was kann er nicht? Der kann nicht so gut dribbeln. Das weiß ich. Das weiß ich. Deswegen Ballbesitz halten. So. Und dann gibt es ja noch den Deal. Der macht mal bitte folgendes. Und zwar. Grätschen. Ja. Zweikampf. Grätschen. Zweikampf. Grätschen. Gut. Training beginnen. Ist heute ein relativ leichtes Training. Sollten wir aber. Schaffen. Mit Nils Itter brauche ich jetzt sowieso wieder eine Stunde oder so. Bis die mal. Die Übung auf C kriegt. Mindestens. Weil dieser eine scheiß Verteidiger da hinten. Der nervt mich. Könnten die die Übung. Oh shit. Könnten die die Übung nicht einfach ohne Verteidiger da machen. Wäre doch alles gut. Dann wäre alles gut. 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 Ich. Ich kapiere das nicht. Ich kapiere das nicht. Das gibt es nicht. Wie lege ich diesen Scheißball vor? So oder? Ne. Ah so. Im Laufen. Okay. Im Laufen. Gut. Gut zu wissen. Komm. Jetzt schaffst du es aber. Gerade auch diese eine Stange war ein bisschen unnötig. Aber. So ganz langsam kam der da her. Neuer Versuch. Scheiße. Das ist nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Das wird so scheiße. Das wird ja richtig schlecht. Ich war durch. Ich war durch. Ach fick dich doch. Dann fick dich doch. Das klappt nicht. Nächste Einheit. Fick dich. Grätsche mit Dominik. Ich finde Grätschen immer so ein bisschen hässlich. Also zumindest hier die Übung. Im Spiel mag ich das. Aber hier die Übung. Die mag ich überhaupt nicht. Weil ich den da einfach voll oft verfehle. Mann. Der ist okay. Ja. Der hier. Ist ja auch noch okay. Aber die Vorletzten. Der Vorletzte und der Letzte. Das sind ja mal die Stimmsten. Jawohl. Gut. Gut. Baumann. Kann es einfach. Zweikampf Jürgensen. Mal eben was trinken. So. Links oder rechts? Rechts. Okay. Gut. Gut. Nein, 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 nein. Ach shit. Kann ja gar nichts. Kann ja gar nichts. Zähl schlecht. Gut. 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 Sehr gut. In Ordnung B war es. Ich war nicht schnell genug. Egal. Nächste Einheit. B ist okay. Überquere mit der Drübelfähigkeit. Verhalten. Überquere mit der Drübelfähigkeit. Ich habe nur einen gesteuerten Schuss. Okay. Okay. oh mein gott alter wie scheiße ich bin habe ich das ding jetzt noch umgekickt ich weiß nicht oh shit ha pizza oh lol oh mein gott oh mein gott oh mein gott alter ja macht auch oh schlecht boah das dauert voll lange bei dem das gibt es doch nicht gut och man och man och man och man boah ist das schlecht er kann es einfach nicht das kann er auch nicht letzter versuch ja ist okay ist ja gut och man boah das kann er einfach nicht boah junge ich raste hier gleich aus was soll das denn ja genau ne gut boah ja natürlich ich hab's auch geschafft oder nicht jawohl gut endlich die ja okay gerätchen mit justus deal wieder go go jawohl erst mal voll umgenockt ich hoffe wir haben den jetzt nicht verletzt wäre schon gut ja den habe ich noch erwischt easy komm gut exzellente ergebnisse ansehen jürgensen und deal haben sich um einen punkt verbessert super 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 gut dann wäre es das gewesen für heute nächstes mal kommt der runde drei vom deutschen pokal gegen 1. FC Köln aber für heute ist es schon mal gewesen bis morgen haut rein ciao ja 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 ja